Diese Kleider sind so bequem. Äh, ja. Hey, komm her, du Schlafmütze. Ach, komm schon. Das ist die Sonne. Sieh doch. Es lohnt sich. Wow. Das ist... Das ist... Wie ein Traum? Ja, genau. Wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's. Wohooo. Es ist wunderschön. Können wir was spielen? Hey, wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja. Lass uns gehen. Tolles Wetter, um die Gegend zu erkunden. Ja! Insel entdecker! Ja, finden wir erst den Ausgang. Ja, finden wir erst den Ausgang. Ja, finden wir erst den Ausgang. Nehmen wir erst den Ausgang. Ich bin genau. Nein, wir müssen die Ausgangsfagt halten. Das ist die Ausgangsfagt. Ich bin genau. Ich bin genau. potfeler. Aber ich bin genau. Und das ist, die Ausgangsfagt. Die Ausgangsfagt. Sieh dir das an. Die ist so groß. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel weit offen. Sperrangel weit. Sperrangel weit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja. Ein wenig schon. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Zu viel Verantwortung. Guten Tag auch. Guten Tag. Danke. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helmen anfühlen muss. Tja, gestern im Hafen ging es ein bisschen runter. Geht es da raus? Denke schon. Fragen wir die Wache. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Man sieht, dass der Graf reich ist. Woran? Zu viele Wasserbecken. Das stimmt wohl. Hallo. Dürfen wir rausgehen? Sicher. Genieß die hellen Tage. Gut geschlafen? Hallo, Sophia. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest du... Wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Arno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Ugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Arno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Ugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht, nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön, die Leute feiern. Selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Sollten wir nicht unsere Sachen ausliefern? Wir haben noch Zeit. Das Festmahl ist erst abends. Die haben bestimmt noch nicht angefangen zu kochen. Oh, ein Vogel. Ja, stimmt. Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Ein Traum und ein Vogel, was? Ugo hat oft von diesem Ort geträumt. Schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut, warum nicht? Da, er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht der hin? Finden wir erst heraus. Hier ist alles so anders als in Goyen. Selbst die Gerüche. Ja, es riecht heiß. Ist es in Guyan-ni heiß? Nicht so wie hier. Glaub ich dir. Schon den Himmel gesehen? Ja, könnte mir keine helleren Tage wünschen. Ich hoffe nur, es wird nicht noch heißer. Nein, das Wetter wirkt perfekt. Dem Sohn sei Dank. Hey, da oben, Essen ist fertig. Danke. Nur noch ein paar Ziegel. Guten Tag. Hallo. Hallo. Bist du fertig? So gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Auf den Sohn der Glutasche! Das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja, man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge verschließen. Was geht hier vor sich? Nichts ist tot. Alles schläft. Nichts ist fruchtlos. Alles wartet. Kein Kind ist geboren. Es weilt bereits hier. In Erwartung an Gott zu Atmen. Vom Glauben gerufen. Gepriesen sei der Sohn, auf seinem Blut betruhend. Das war komisch. Es ist ein Gebet über das Leben und Kinder. Ah, was ist das? Oh ja, Leute, die keine Kinder kriegen können, lassen sich hier segnen. Wie schön. Angeblich hat die Gräfin das hier ins Leben gerufen. Sie ist so nett. Sie und der Graf sehen so verliebt aus. Das ist fast... Peinlich. Naja, überraschend. Wir brauchen hier mehr Zweige. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Die Blumen dieses Jahr sind herrlich. Ja, sie sind das blühende Leben. Es gibt noch viel zu tun. Es sieht doch schon gut aus, Liebling. Wie, wie können hier so viele Blumen wachsen? Vielleicht hat der Sohn der Glutasche tatsächlich Macht über diese Insel. Ich würde auch gern Blumen wachsen lassen. Ich würde gern Gold wachsen lassen. Gold riecht aber nicht gut. Gut, du hast gewonnen. Ja, danke. Windmühlen. Können wir reinschauen? Klar. Warum nicht? Sag mal, warum faszinieren dich Windmühlen so? Sie sehen aus wie Riesen. Mit lustigen Schildschwertern. Junge, ich sehe nur olle Weizenmühlen. Ich weiß, Sophia. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Oh, 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 oh. Kümmer dich drum, Hugo. Alles klar. Oh, was macht diese Kurbel? Mag eine Bremse sein, um die Mühle anzuhalten. Oh, hat geklappt. Sch, lasst uns leise verschwinden. Oh, was macht die Mühle anzuhalten? Oh, was macht die Mühle anzuhalten? Oh, was macht die Mühle anzuhalten? Kletter hoch. Ja. Ja. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hülle. Das war's für heute. Das war's für heute. Ein magisches Loch. Die Leiter ist der Bulle einer Einladung. Ziemlich alt, aber wurde erst vor kurzem benutzt, glaube ich. Sieht aus wie eine Kobalthöhle. Der einzige Kobalt hier bist du. Dann bist du eine Hexe. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Eine Windmühle. Gut gesehen. Gut gesehen. Das Ding ist ja alles andere als ein Meisterwerk. Mir gefällt sie. Ist ein bisschen seltsam, aber... Na ja, wir sollten wohl zurückgehen. Das ist ja auch für heute. Das ist ja auch für heute. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Und Hepp! Alles klar! Hast du das gehört? Da hat sich was bewegt. Ja, aber es klang nicht gerade nah. Seltsam. Ja. 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 Die Wand! Sie ist nicht mehr da. Eine Tür. Das war also das Geräusch. Na, da hat wohl jemand ne Menge zu verbergen. Wo gehen wir hin? Keine Sorge. Wir sind echte Entdecker, Hugo. Stimmt. Da unten liegt ganz bestimmt ein Schatz. Weißt du was, Kleiner? Ich glaub, du hast recht. Meine Finger kribbeln. Das ist ein gutes Zeichen. Heilige! Verdammt! Ist... Ist das echt? Ja. So echt wie ein Schmugglerhort. Ein verdammt guter. Unfassbar! Wer hat das hier gebaut? Erstaunlich. Glaubst du, die sind noch hier? Fühlt sich verlassen an. Aber das ist halt so. Je umwerfender, desto höher die Gefahr, dass man drauf geht. Oh! Der Schatz! Was haben wir denn hier? Mal sehen, was da drin ist. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Was ist das? Schmuck? Ein Armschutz. Der ist uralt. Zieh ihn an! Er passt. Wär schade ihn hier zu lassen. Behalt ihn. Ja! Der Schatz gehört jetzt dir. Ich weiß nicht warum, aber ich fühl mich stärker. Ist vielleicht Magie. Ja! Alles klar. Du bist eine Echse. Eine Flederechse. Na gut, warum nicht? Na gut. Ja! 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 Noch eine! Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten! Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher. Glaub ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Wollt ein. Das war's für heute. Alles schläft, alles wartet, ist weiter als hier. Eine Blume für den Sohn, eine für die Mutter, eine für den Vater. Bist du müde, Ugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist groß, aber wunderschön. Ich mag sie. Okay, gut. Es war nicht leicht, aber ich bin froh hier zu sein. Ich freue mich schon auf das Fest. Ich auch. Frische Fische. So frisch, dass sie noch vom wunderschönen Meer träumen. Schaut sie euch an. Hallo. 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 Na, geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Ich will doch den Rest anschauen. Da können wir wieder die Vögel suchen, Amicia. Also, ich hoffe, der Fisch entkommt. Du hast recht. Freiheit den Fischen. Hehehe. Hehehe. Was ist das? Das ist komisch. Was ist mit dem glotzenden Vogel? Ich weiß. Er ist unsere heißeste Spur. Folgen wir ihr. Komm, hoch mit dir. Aha. Ziemlich leer. Ach komm, eine verschlossene Tür kann dich nicht aufhalten. Sehen wir uns um. Was ist die Zitt�iser. isser. Willst du dich auf den Weg geben? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das? Oh nein. Willst du doch hier? Wir sehen uns. Doe sie. Was ist das denn? Dieses Fenster, da ist etwas drin. Volltreffer. Gehen wir zurück. Ja, nehmen wir den Turm ein. Oh, du bist also ein Eroberer. Nur Türme. Der Rest interessiert ihn nicht. Türme sind am besten, weil man sie besteigen kann. Was wohl dort oben ist? Vielleicht ja das Vogelnest. Oh, dort legt er seine Eier. Glaubst du, mein Vogel ist eine Mama? Wer weiß. Blöde Leitern. Amicia, ich will zurück zu den Steinvögeln. Das hilft uns weiter. Was haben wir da Schönes? Gut, dann an die Arbeit. Gut, dann an die Arbeit. Das sollte die Sache erleichtern. Das sollte die Sache erleichtern. Wir sind fast oben. Na dann los. Hier kann man alles sehen. Hat sich gelohnt. Gäste. Mit der Sache. Wenn du das so bist. Gäste. 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 Und was jagst du? Würstchen. Weißt du, was Raubvögel noch machen? Sie kreischen. Bereit? Ja. Sophia kreischt auch mit. Stimmt's? Bin eine geborene Kreischerin. Auf drei. Eins, zwei, drei. Go! Also gut, gehen wir wieder runter. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Übrigens, gut gekreischt, ihr beiden. Du warst auch ziemlich gut. Ich weiß, meine Kapitänsstimme. So eine braucht man, um das Rauschen des Meeres zu übertönen. Der Crew gefällt sie sicher. Noch hat sich keiner beschwert. Der Crew gefällt sie sicher. Der Crew gefällt es. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ist ein Grab. Ein Hügelgrab. In meinem Traum war kein Grab. Dann suchen wir weiter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hallo, ist hier gesperrt? Im Moment ja, tut mir leid. Wir müssen die Blumen für die Zeremonie im Heiligtum liefern. Er ist umgekippt. Alles gut. Sind nur ein paar Stiele abgebrochen. Wir kommen später wieder. Viel Glück. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ich mich dann fühlen müsste Verstehe Wie viele hast du? Ich will's nicht wissen Aber ich fühle mich nicht schlecht Das macht mir Angst Du bist bestimmt... Oh, ich habe dein Handwerk beobachtet Ich bin nicht überrascht Ohne dich wäre ich schon tot Ja Einfluss Wir könnten wieder Seekrieg gegen die Engländer spielen Hey, ich wäre dabei Du hast ein Schiff Du musst nicht spielen Oh, du hast noch nie eine Seeschlacht gesehen, was? Aber kämpfe Auf einem Schlachtfeld Ja Bleib dafür, liebe Anland Glaub mir Ja 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 Oh, er blickt auf das Haus da Dort könnte deine Antwort sein. Oder ist denn noch einer? Schauen wir es uns an. Gehst du zum Fruchtbarkeitstemper? Ja. Mit meiner Frau. Vielleicht haben wir dieses Jahr endlich Glück. Ich hoffe es. Ihr habt euch den Segen des Sohns verdient. Blickt er da etwa auf ein Zelt? Ein jahrhundertealter Vogel interessiert sich für ein Zelt? Sollen wir es uns ansehen? Ja. Sollen wir uns ansehen? Sollen wir uns ansehen? Tja, lasst euch nichts stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts! Die Jugend. Sucht jetzt schon Steine statt Gold. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, sieh mal. Da ist dein Boot, Sophia. Es ist so klein. Ja, klein und trotzdem noch beeindruckend. Wusste nicht, dass wir so hoch über dem Meer sind. Oh, sieh mal. Oh, sieh mal. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Edle Weine, edle Werkzeuge. Nur bitte mich gleichzeitig benutzen. Edle Weine, edle Werkzeuge. Nur bitte mich gleichzeitig benutzen. Pflanzen, ziehe und heilpflanzen. Robust wie Lacunas Erde. Pflanzen, ziehe und heilpflanzen. Und hier geht's. Woah, hier geht's. Das war's für heute. Das war's für heute. Edle Weine, edle Werkzeuge. Nur bitte nicht gleichzeitig verlaufen. Kletter hoch. Alles klar. Und hepp. Aha. Amicia, wir sollten nicht hier sein. Hier könnte etwas Wichtiges sein, Uko. Außerdem gibt es nichts Spannenderes, als an einem unerlaubten Ort zu sein. Wirklich? Sie macht nur Witze. Stimmt, Sophia? Ähm, klar. Tada. Amicia, ich will zurück zu den Steinpögeln. Danke für den Rat. Vorsicht, es geht runter. Ja. Ja. Das war's für heute. Wirklich? Fische Fische! So frisch, dass sie noch vom wunderschönen Meer träumen. Schaut sie euch an! Vogel! Sind wir... eine Spirale gelaufen? Und wir kommen der Mitte näher. Das muss es sein. Was siehst du? Ich sehe... Säulen. Wie schön! Wie schön! Ist das ein... antikes Theater? Ja! Sieht... wichtig aus. Mal sehen. Ich bin... Da! Der Vogel und der Sohn der Glutasche unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr Reißen wir sie raus dauert zu lang ich könnte sie alle auf einmal entfernen Das ist es, Ugo. Dein Vogel hat uns hergeführt Die insel das ist eine karte von der insel sie ist uralt ich denke hunderte von jahren bestimmt byzantinisch Es gibt hier wirklich viel in dieser art Seh doch amicia da ist die zeichnung Welche zeichnung? Die zeichnung aus dem orden ja ich erkenne es welcher orden? Ein sehr sehr alter alchemisten orden Du hast uns auf dem boot gehört sophia Ugo ist krank es ist nicht ansteckend Doch der orden wollte ihn weg sperren um über ihn zu verfügen Aber ich Du kniest vor keinem Verstehe Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft Es ist einfach Dieses Symbol Zeigt wichtige bereiche an Dieses da Also, das kann man nicht übersehen Die Zähne Die Zähne Sie nennen sie las madres Die Mütter Oh Ich weiß, öde Es ergibt Sinn Gehen wir diese Mütter besuchen Die Zähne Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet Ich stehe in eurer Schuld Dann mal los Ja, jetzt wird geklettert Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend Oh, ich kann es kaum erwarten Komm, hoch mit dir Gut, gut Seht Da ist ein Haus in den Zähnen Ja Eine Art Tempel? Ein Heiligtum Habe ich zumindest gehört Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen Klar Das wird unser erster Halt Es wirkt so schön Wir haben also einen magischen Vogel Einen uralten Alchemistenorden Die Visionen des Kleinen Tja Was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist Ungewöhnlich Unsere Mutter ist Alchemistin Aber sie konnte nichts dagegen tun Es ist fast wie Ein Fluch Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby Es ist die Blutlinie Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit Es ist ungerecht, aber Leider war Sophia In Gaën jagte uns die Inquisition deswegen Wir entkamen nur knapp Es war schrecklich Sie haben alle getötet Wow Na gut Wir werden finden, wonach ihr sucht Ehrenwort Danke Das ist er Der Weg zum Heiligtum Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir Das wird ziemlich anstrengend Wer zuerst oben ist Hey, ganz ruhig Ich will dich nicht tragen müssen Danke, Hasen Danke, Hasen Danke, Hasen Danke, Hasen Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile Es ist nicht so hoch, wie es aussah Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da Hier scheint jemand müder zu sein als du Ich brauche das Meer Die Berge konnte ich noch nie leiden Ich mag Berge Sie sind mächtig und groß Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt Wenn das so ist, dann lasst uns zusammen mächtig und groß sein Es wird langsam heiß Seht nur, wir sind fast am Heiligtum Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis Sieh nur, wie groß es ist Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen Oder den Baum Den Teich Ein Elixier wäre mir lieber Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo Vielleicht hat der Vogel es ja Oh, da ist Wasser Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder Er kann auch im Nu einschlafen Sieht frisch aus Ist es auch Genau, was ich brauch Hey, Hugo Du hast ein Gesicht Ich mach ihn weg Ah Wasserattacke Hey Gegenangriff Vergebt der Ruhm, Hugo Das ist gut, ich geb auf Für die der Wunsch Du hast mich zu Tode durchnässt Gewonnen Als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht Ganz mein Bruder Was für eine Familie Gut gemacht, Hugo Ich werde mich rächen Das Heiligtum ist riesig Ja Der Bau war kein Zuckerschlecken Oh Ziegen Das sind so viele Amis hier Hab keine Angst Die fressen lieber ihre Olivenblätter Als kleine Kinder Ja Aber sie schreien Ich bin hier Sieh mal einer an Unser wilder Krieger Hat also Angst vor Ziegen Das sind so viele Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja Dann kommt ihr leider zu spät Die haben schon das Tor geschlossen Für die Zeremonie Zeremonie? Ah Der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein Naja Auf dem Ziegenvater an der Seite Kommt der näher hin Aber geht nicht zu nah ran Der Graf und die Gräfin sind da oben Und die Wachen sind nach all dem Ärgergestern nervös Die mögen keine ungeladenen Gäste Behalten wir im Hinterkopf Danke Übrigens, wenn ihr Tramontane seht Dann schickt sie bitte hierher zurück Sie ist eine meiner Ziegen Werden wir Dann viel Glück Wehe, die greift uns an Ach komm, das ist eine Ziege Kein Wolf Aber sie schreien Oh, das stimmt Das Heiligtum wurde also abgeriegelt So ein Pech Andererseits Riegelt man einen Ort nicht ab Wenn sich darin nichts Wichtiges befindet Ja Das macht mich noch neugieriger Hört mal Ist das die Ziege, die er meinte? Tramontane, ja Da ist sie Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen Ziegen Als Kind starrte ich ihnen stundenlang in die Augen Ein Rätsel, was in ihren Köpfen vorgeht Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit Abgeschlossen Sollen wir ihr helfen? Dafür sind Helden da Alles klar Vielleicht kommen wir woanders rein Das wird langsam eine echte Rettungsmission Ich hoffe, sie ist nett Sie ist bestimmt dankbar Auf ihre Weise Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein Oder? Keine Angst Du hast zwei starke Leibwächterinnen Da ist ein Loch in der Wand Hey Nur du kommst da durch Alles klar Mein Held Ich öffne jetzt die Tür Er ist so lustig Nicht immer Aber meistens Ja Ich weiß Gott Ich wünsche dir allein Oh, ja Ich wünsche dir sie Schnell, schnell. Gut gemacht. Das war ritterlich. Ah, da ist unsere Ausreißerin. Du hast sie gerettet, Ugo. Willst du ihr Hallo sagen? Ich begleite dich. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja, sie ist lieb. Na gut. Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja, los. Dein Papa wartet auf dich. Sie bewegt sich nicht. Geduld. Sie entscheidet selbst. In deinem Traum kamen keine Ziege vor, oder? Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen? Danke für die Opfergaben. Bitte verzeiht die Eile. Aber die Zeremonie wird bald beginnen. Hm. Soldat. Oh, schon gut. Sorg dafür, dass es keinen Ärger gibt. Kletter hoch. Ja, gestern hatten wir genug Gewalt. Der Sohn heißt das bestimmt nicht gut. Und hepp. Wir sind besonders vorsichtig, keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Anu. Das war zu erwarten. Vorsicht, es geht runter. Ja. Was machen wir mit den letzten Opfergaben? Die bleiben erst mal hier. Vorsicht. Wir sind nach der Zeremonie hoch. Die sind hier wohl gerne unter sich. Wie kommen wir durchs Tor? Ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow. Dann los. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja, das ist es, was zählt. Versuch das. Angeklappt. Sehr gut. Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. Verstanden. Alles zauber. Was ist so heiß? Verdammte Uniformen. Seltsam. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Hey. Rauch. Was ist hier? Wie ist es so einfach? Da ist die Tür. Schnell jetzt. Kein Grund zur Sorge. Das Prisma ist magisch. Ja, aber wir sind noch nicht da. Gut, dann an die Arbeit. Hier lang, schätze ich. Oh, ziemlich hoch. Oh. Wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Mir wird schwindelig. Ach, du Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Alles gut. Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Ja, gehen wir weiter. Wir sind da. Geschafft. Geht es dir gut, Vico? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Das ist bloß mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Das war's. Das war's. Nein, das war's. Nein, das war's. Oh, all diese Blumen, die müssen für ihre Zeremonie sein. Soldaten, die Zeremonie, in Deckung, schnell! Offenhalten! Schwere Rüstung. Ando hat sie ganz schön auf Tram gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Sophia, benutze dein Prisma bitte. Das brennt schnell. Waren da noch mehr von Arnos' Leuten? Ich glaube nicht. Aber der Graf... Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht! Scheiß Kerle. Vermiesen die wichtigste Zeit des Jahres. Werden sie nicht. Dafür sorgen wir. Klappt immer. War wohl doch nichts. Ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Arno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Er war nicht immer so. Da hoch! Los! Hoch da! Ich versuch's! Ah! Oh! Sophia, hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein, nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht, weil er zu alt ist. Vielleicht. Noch mehr. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Zeit, etwas Gras zu verbreiten. Hä? Auch? Wo kommt er her? Er lernt immer. Gut. Falscher Alarm. Hä? Hey! Der Graf will keine Soldaten im Heiligen. Sophia, benutze dein Pasma, bitte. Fangen wir das Licht ein. Wozu Hölle kommt der Rauch her? Gut. Falscher Alarm. Wir schaffen das. Die sind bestimmt von der Zeremonie abgelenkt. Was ist das für eine Zeremonie? Gute Frage. Moment. Ja, gehört? Ich schau mich um. Alles gut hier. Na? Schon wieder? Und ich bin allein hier. Komisches Geräusch. Mal nachsehen. Und hoch. Was ist da? Kein Grund zur Sorge. Hey, ist da wer? Ich komme. Wer weiß von uns? Wir schaffen es, Freunde. Wir sind gleich da. Tja, alles friedlich. Ja. Wie geht's dir, Ugo? Ein bisschen komisch. Aber gut. Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spüre es auch. Und ich vertraue euch beiden. Ich bin mir sicher. Hoch! Aha! Hört her! Es ist fast soweit! Versammelt euch bitte! Der Graf und die Gräfin! Wir kommen wohl rechtzeitig. Hugo, sieh mal! Ist sie vom Vogel? Musst du wissen. Glaube schon. Es wird ihm eine Ehre sein, wenn du sie trägst. Behalte sie, bis du ihn siehst. Ja, dann geb ich sie ihm zurück. Hier geht's runter. Alles klar. Auf einige Nachzügler. Kommt in der Zwischenzeit ruhig näher. Nachzügler? Das sind wohl wir. Was sollen wir jetzt tun? Wir? Überlegen uns was. Freunde und Kinder. Heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch, hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix mit seiner Asche zu verarmen. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Als Mutter? Und als Vater. Lasst uns beten, bevor wir hineingehen. Kommt! Was denkt ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Hey, verkleiden wir uns? Öffnet Herz und Geist. Denn nun erzählen wir seine Geschichte. Damit sie nie in Vergessenheit gerät. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Na los! Wow! Amicia, sieh mal da oben! Das Symbol des Ordens. Dieser Ort gehört also ihnen? Vor langer Zeit kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen, seiner Freude. Ausgerechnet Lacuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung, der Entfaltung. Nun, Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt! Ein Kind auf einem Thron. In einem Ordenstempel. Das ist er. Der Sohn der Glutasche. Nehmt neben uns Platz. Guck mal, das Bild. Das ist der Träger der Makula. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Knie bitte nieder. Das Böse fand den Sohn in eben jenen Hallen. Es zehrte von seiner Flamme. Schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinahe vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Er wurde vergessen. Doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Ihr. Eure Köpfe sind geneigt. Diese Demut ehrt euch. Ihr werdet seine Flamme durch die dunkelste Stunde führen. Nehmt sie. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. In der Ungewissheit. Ihr werdet durch die Augen der Mutter sehen, wie der Sohn stirbt. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Erhaltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Nehmt Platz. Was sollen wir tun? Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Geht und bringt ihm das Licht. Vieles steht auf dem Spiel. Das ist so unwirklich. So kalt. Die Fresken, die Seuche, die denken, dass der Tod des Sohns sie ausgelöst hat. Sie wissen also nichts von der Makula? Ich glaube nicht. Sie haben alles nur anders gedeutet und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Amicia, das Wasser wird die Fackel löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual. In Abwesenheit des Lichts ertrinken. Hier ist kalt. Geschafft. Es wird gleich wieder warm. Es war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Nein, ich habe Angst. Dem Sohneskind. Geh weiter. Ich bin bei dir. Er stirbt in den Namen seiner Mutter. Das böse Gewind. Ja, und er wird verliehen. Uns erwarten Hundert und Kriege und Pest. Ihr träumt von einem neuen Feuer. Ihr seid zurück und eure Fackel ist weg. Ihr seid nicht mehr allein. So muss seine Mutter wiedersehen. Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergebt sie mir. Gut gemacht. Der Sohn muss wieder aufstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Kommt. Blast auf die Flammen. Der Phönix. Das ist der Phönix. Ja, ich sehe ihn. Es ist wahr. Auch wenn der Orden dahinter steckt. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Hallo, ich bin's. Sophia. Kommt. Ich hab da hinten einen Durchgang entdeckt. Jetzt oder nie. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Die werden merken, dass wir weg sind. Erstmal nicht. Wir sehen alle gleich aus. Das ist nicht so schön. Alles in Ordnung. Ich habe einen Phönix auf der Tür gesehen. Dann den Spalt. Gut gemacht. Sie sind beschäftigt. Gehen wir. Das ist unglaublich. Sehe ich auch so. Ein Kindertron. Er lebte hier. Der Sohn der Glutasche? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch vom Orden. Dieser Ort gehört Ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula wird ja immer besser. Die Alchemisten nennen Sie das erste Übel. Hugo trug sie bereits als Baby in sich. Und sie wächst nun in ihm. Und tötet ihn? Darum geht es an diesem Ort. Die Ankunft des Trägers, der Macula. Der Orden versammelt sich um ihn, studiert ihn. Sie versuchen die Lösung zu finden. Und die Ratten... Lass mich raten. Krieg, Tod, Krankheit und Hunger. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal. Sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Der Einzige, der für mich zählt. Basil und Elia. Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser. Oh, aus dem heilenden Teich. In deinem Traum. Es ist ein Symbol. Wie Mutters... Alchemie-Zeichnungen. Stehendes Wasser... ...ist selten magisch. Hey! Komm her! Das ist sein Thron. Und ich glaube, das ist sein Name. Basil? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her. Aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Und wer ist Elia? Sieht so aus, als ginge es noch weiter. Hier hinten. Suchen wir weiter. Kommt. Es warten sicher außergewöhnliche Dinge auf uns. Mhm. Was ist das alles? Sind wir die Ersten, die hier reinkommen? Oh, eine Höhle. Stimmt. Sieht unberührt aus. Vielleicht zu heilig für sie? Hey. Weißt du, wessen Zimmer das ist? Das ist... Das ist Basilius' Zimmer. Stell dir das mal vor. Er hat hier gelebt. Hier gespielt. Gesessen, wo du gerade sitzt. Ist das nicht unglaublich? Ja. Und er hat Höhlen geliebt. Wie du. Du liebst Höhlen? Ich auch. Er hatte einen Phönix. Ja. Vielleicht hatte er auch den gleichen Traum. Was hat er uns noch hinterlassen? Guck mal. So ein hübsches Pferd. Genau deine Größe. Er war wohl so alt wie du. Ja. Das war sein Bett. Wie schön. Basilius wurde ja wie ein König behandelt. Vielleicht war er einer. König Basilius. Sieh an. Das sind Leute. Wichtige Leute. Propheten? Gibt's im Orden Propheten? Die sind böse. Ich glaub, er hat sie mit dem Ball hier abgeschossen. Kann sein. Jungs halt. Ich mag das Spiel auch. Kommt. Es geht noch weiter. Wow. Das Zimmer eines Kriegers. Nicht irgendein Krieger. Seht euch die Form der Rüstung an. Spielzeuge. Er war hier, um mit ihr zu spielen. Und sie hat mitgemacht. Sie war eine vorzügliche Ritterin. Ich hätte sie gern kennengelernt. Was ist damit? Sie gehört einer Frau. Oh. Elia. Das ist ihr Zimmer. Natürlich. Sie war seine Beschützerin. Beschützerin? Die Leibwache des Trägers. So wie ich. Für Hugo. Sie schien stark. Schwerter und Speere. Wow. Seht euch mal die Axt an. Ob die jemals benutzt wurden? Eher nicht. Der Träger sollte hier von der Welt abgeschirmt werden. Kostbare kleine Wesen. Seht mal. Wachstafeln. Da ist was eingeritzt. Er hat sie gezeichnet. Und hier. Ein Bild von den beiden. Er hat sie geliebt. Sie haben wohl viel Zeit zusammen verbracht. Genau wie wir. Das ist so seltsam. Ja. Sehen wir uns weiter um. Das ist verrückt. Kommt mir vor, als würde ich sie kennen. Als wäre Basile mein Freund. Ich weiß, was du meinst. Oh. Sieh mal. Ha. Dieser Vogel wieder. Diese Form. Das ist das Ordenssymbol. Der Phönix ist der Orden. So einfach. Ähm. Tut mir leid. Aber nein. Darum ist es auf ihren Gemälden über dem Sohn abgebildet. Sie dachten, sie wären etwas Besseres als er. Er war ihnen egal. Das ändert nicht, warum wir hier sind. Bringen wir das erst zu Ende. Ja? Hm. Ich fasse es nicht. Was ist das jetzt? Ein Alchemielabor. Können wir wieder gehen? Aber das scheint doch genau das zu sein, was du suchst, oder? Ja. Aber... Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rohmaterialien. Bin dabei. Dieser... Ich weiß nicht einmal, wozu der gut ist. Komm, hier muss doch was sein. Da ist nicht viel. Ein Phönix. Such nach einem Phönix. Was haben sie in diesen Dingern gemacht? Gott, finde endlich was. Bitte. Das ist alles Jahrhunderte alt. Was habe ich erwartet? Lea. Nein. Nein. Was zur Hölle? Hey. Lea. Wir finden schon was. So ein Mist. Lukas wüsste es. Bestimmt. Das ist alles so nutzlos. Ich weiß, ich weiß, dass du dir das anders vorgestellt hast, aber... Nichts ändert sich. Nichts ändert sich, Amicia. Aber Elia ließ nicht zu, dass sie ihm wehtun, oder? Du... Du... Du hast... Verdun... Nein. Ich wollte ihn aufhalten, aber... Ich weiß, du hast es versucht. Tut mir leid. Hey, kommt her, ihr beiden. Sophia? Wo bist du? Oben. Wie bist du da hingekommen? Hinter den Vorhängen. Na los, Igo. Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Was hast du gefunden? Die Bibliothek der Alchemisten. Offenbar haben sie das Kind von hier aus beobachtet. Wie in einem Käfig. Wir sind genau über dem Labortisch. Das ist falsch. Stell dir die Mistkerle vor, wie die ihn anstarren. Wir müssen wissen, was sie erfahren haben. Hab vielleicht eine Spur. Wird ein Elixier erwähnt? Nein, aber sie haben Dinge notiert. Was ist das? Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustieß. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber... Sie erwähnen Basilius. Und... Äh... Na. Elia Dragas. Seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Was passierte dann? Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich... ...und wurde festgenommen. In der Nähe eines... ...runden Turmes. Sie brachten sie in eine... ...äh... ...eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm. Sie kam. Wären Sie eher gekommen dann? Ja, wir hatten Glück. Schnell weg. Da durch. Das kann aber das Wasser wird helfen. Dann los. Das Wasser? Vorsicht, nicht fallen. Verdorbenes Wasser, besiegle unsere Entschlossenheit. Um bei dir zu sein. Tag und Nacht. Ich fühle deine Krankheit. Ich teile deinen Schmerz. Wir beschützen dich. Wir kümmern uns um dich. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Ich bin die Mutter, die auf dich wartet. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Wir sind es. Wie können Sie in dem Wasser stehen? Sie begehren dieses Kind so sehr. Schade, dass Sie sich so irren. Wie ich. Sie wissen noch nicht, dass Sie sich irren. Sie werden traurig sein. Hugo, das, wovon du geträumt hast, gibt es wirklich. Du wusstest nur nicht, was es bedeutet. Doch, dass alles einfach wird. Und schön. Das heißt nicht, dass es nicht besser wird. Bist du sicher? Ja, dein Traum hat uns eine andere Wahrheit gezeigt. Wir können sie nutzen, um alles zu verändern. Mag sein. Wir sind fast da. Oh, das ist echt unangenehm. Ich wünschte, ihr hättet meinen Traum gesehen. Erst war er gruselig. Aber dann kamen die Blumen. Erzähl uns mehr davon, bitte. Der Baum brach so gut. Seine Äste waren wie Haare. Er sah freundlich aus. Was noch? Das Wasser fühlte sich an, als bekäme es alles sauber. Nicht wie das hier. Wie schön, Hugo. Verdammt schön. Wir sind da. Wir sind da. Das war... Verbring mal eine Woche mit meiner Crew. Erst dann weißt du, was Gestank bedeutet. Das eben reicht mir. Suchen wir diese Festung. Hugo? Da war keine Festung in meinem Traum. Mag sein. Aber dein Traum hat uns hierher gebracht. Was wir nun alles wissen. Fehlt uns nur noch der Rest. Willst du nicht wissen, was mit Elia geschehen ist? Und mit deinen Vorfahren? Alles wird gut werden. Können wir diese Stinkekleider ausziehen? Ja, das sollten wir. Wieิrs Bein. ��면 Was NOT Boh adulthood Oh my,ivamente Ich bin Er senin Super Ich bin своей Wie